Ja, Mahlzeit zusammen. Heute machen wir mal eine Runde Chivalry. Wir haben den Schrottlike dabei, den Arne und den Bülent. Ja, und jetzt legen wir mal los. Hallöchen. Ja, ja gut. Ja, wir sind auch schon mitten drüben, wie man sieht. Und da, was haben wir denn da? Jeder gegen jeden? Oder was ist das? Ja. Genau, die kleine Spaßrunde zum jeder gegen jeden. Ich habe mich schon gerade gewundert, bevor wir sind lieber auf der gleichen Seite. So, dann nehmen wir doch mal lieber die Spaltaxt. So, ich habe doch nicht zuerst gar nicht kapiert denn mit Free-for-All. Da hinten, da sehe ich doch einen, da sehe ich doch einen, den ich so gerne habe. Oh, oh. Verdammt, verdammt, jetzt habe ich gerade ein Problem. Und das Gemetzel gibt das einer in grün. Du bist ja in grün. Oh. Ist das denn Rauchgefäß? Komm, nehmen wir das Rauchgefäß mal mit. Ja, Alter. Nein. Ich hau einfach um mich. Ich hau einfach um mich. Ich hau einfach um mich. Und irgendwas mache ich schon weg. Das war jetzt aber ein bisschen laggy. Aber egal, ich komme langsam auf meine Kills. Vor allem mit diesen Spicken. Ja, habe ich das eh schon lange nicht mehr gehabt. Boah. Alter, der lebt doch noch. Also irgendwie mit. Ohne Sinn. Ja. Ja. Aber. Unheimlich gut ohne Verstand läuft das hier. Boah. Bibi. Oh. Also, komm, ich nehme jetzt mal einen schnellen. Mit dem Spieß. Einen schnellen mit dem Spieß nämlich mal hier. Komm schon her, Mann. Ich spring dir in den Nacken. Na los, komm. Ah. Scheißschild. Das war Glück, weil ich am Brennen war. Voll leid. Alter, ich treffe hier nichts. Oh, ich bin dran. Alter, ich haue hier nichts. Ich bin umzingelt. Ich bin ein. Ach, du bist Rang 1. Ja. Wollte schon sagen, noch bin ich erster. Gerade ebenso. Ey, ich habe mein Schwert. Geil, 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 geil. Mit dem Man at Arms. Neues kleines Schwert. Hauptsache, ich habe den Arne erwischt. Juhu. Hau in den Ortenstücke. Hau in die Stücke. Drecke. Im Spiel ist Arne natürlich der, der hier als erster steht. Ja. Fühle nicht auf mich. Auf dem Arne. Nein, wer hat mir da mein Kill versaut. Punktzahl 18, Kills 9. Alter, jetzt. Nein. Oh. Ich habe gesagt, ich habe eine Arne. Warte, wer hat mir den Kill geklaut. Schon wieder. Schon wieder. Alter, werde ich hier ein Stück gehauen. Ich haue da auf die Tasten drauf, wie man wahrscheinlich auch schon hört. Die ganze Bam, 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 Bam. Aber, ja, das war leider nicht ganz so. Nein, ich kriege jetzt mit zwei Rädern. Ich will hier weg. Geh weg. Der Jaho. Boah, ne, komm, ich nehme jetzt mal wieder. Noch acht brauche ich mit der Axt. Noch acht Kills. Psst, Leute. Da hinten ist der Bödi. Da hinten sehen wir ihn. Und Bödi ist geköpft worden. Ja, Mann. Ich habe mit der Wurfachs, mit dem Tomach, habe ich den Mediux von Wups, Wicco, Tomach. Ich dachte, das wäre nur eine Einführungsrunde. Ne, ne, das ist free for all ist gerade. Bis, bis, keine Ahnung. Oh, ähm, bis, bis einer, keine Ahnung, Missionsstatus. Ähm, ich habe keine Ahnung, ich spiele mit der höchsten, ach ne, viereinhalb Minuten noch. Puh. No, da unten, da unten. Da, 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 da. Ähm, Captain Data. Ja. Ach, mein Gott. Boah, habe ich mal wieder einen erwischt? Habe ich natürlich nicht. Boah, ich fall gerade. Oh, der Bödi ist schon über mir. Mit so ziemlich der gleichen Punktzahl alles identisch. Oh, 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 oh. Wenn ein Indar stimmt. Oh, Mist. Ich sehe nichts mehr. Aber. Hui. Also, ich kann nur sagen, im Denkstum, das ist mal, äh, ganz anders für einen Puls. Ja, hab ich schon gesehen. Da bist du wahrscheinlich gerade derjenige gewesen, der reingesprungen ist. Zwischen Christoph und mir. So, versuchen wir mal mit der schnellen Klasse mal. Indem wir jetzt hier ein bisschen mit dem Schmerz. Und so ein bisschen Geschnetzeltes machen, ja. Auf der Metze, bitte. Zabam. Alter, haut doch mal hier. Ich kriege ja nichts gebacken, Herr. Ich kriege ja echt nichts gebacken, egal mit welcher Klasse. Nö, das ist gerade nicht mal meine Runde. Fing so gut an. Na, F you yourself. Alter, wer haut mir echt schon mit einem Schwert auf mich rein. Das gibt's doch nicht. Ah, du, der wilde Killer. Ja. So, der hier dachte, nimmer. Wir bleiben jetzt noch beim altbekannten Bastardschwert. Das ist ein Schwert, mit dem ich umgehen kann. Auf geht's. Oh, da sind sie noch. Da sind sie alle, Mann. Nein, das ist meiner. Nimm mal zu. Au. Da bist du dann. Nein, das warst du nicht. Ja, ich wollte gerade zu dir kommen, aber... Ich wurde einfach abgedrängt. Na, Abo. Boah, ich bin ja noch am gut schnitzeln. Mit dem dicken Hammer? Da gibt's doch gar nichts. Da lässt sich also der kleine Ahle mit dem dicken Hammer niedermützeln. Da. Alter. War der Yahui. Sie sind ziemlich weit oben. So, langsam kommt der Server, denke ich mal, auch an seine Grenzen. Autsch. Nein. Hau ich hier die ganze Zeit an den Leuten vorbei. Ja, ich kenne mich. Ich brenne. Ich brenne. Ich brenne. Abo. Oh, ich hab doch hier mal den Arm abgeschlagen. Dann hab ich aber mein Logo mit drin. Den ich da gerade den Arm abgeschlagen hab. Malz, malz, malz euch selbst. Oh. Boah. Da ist ja ohne Sinn und Verstand einfach drauf, Mädchen. Ja. Abo. Also, Leute, in der Regel gibt's hier eigentlich Regeln. Aber das ist jetzt Krieg. Ja. Im Krieg gibt's keine Regeln. Das ist halt die Metzlhütte. Schlimmer als Vietnam hier. In Vietnam, wo die Schwerter sich gut kreuzen. Ich hau daneben. Im Pazifist, ich darf. Abo, ich krieg ja grad... Oh, nicht ein... Auf den Platz. Obwohl, ich hab schon wieder den gleichen... Haha. Ich hab ein neues Großschwert. Vier. Drei. Zwei. Eins. Bwa, 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 bwa. Ja. Ja, Biddy. Nein. Juhu. Zabini. Zabamm. Komm mal drauf. Ja, den Kopf abgeschlagen. Jetzt hab ich 18, 18. Nein. Nein, noch ein. Zabamm. Noch einmal. Ich wär fast positiv gewesen. Ich hätte fast in meinen Videos sagen können, ich hab Geläuter.